Hallo Freunde, konntest du einen schönen Boss? Konntest du wie nur meine Freunde? Manu Elsen möchte ein nice on scheiß irgendwie endgültig absetzen, verdammt nochmal, weil ein Zuschauer hat irgendwie in der Show beleidigt und deshalb hat er auf seinem YouTube-Kanal einen Strike gekriegt und konnte keine Videos hochladen. Mein Beinleit an Mois mal verdammt nochmal, das ist echt übel, man. 100.000 Euro minus. Okay, ihr müsst doch überlegen, der Mann wie Montalabek sagt, das Haus zahlt sich natürlich auch nicht von alleine. Mois hat auch Familie und muss für seine Familie sorgen, verdammt nochmal. Darum müsst ihr auch verstehen, dass eine Show ist, muss ja auch limitabel sein. Ja, man muss auch seine Moneten machen, meine Freunde. Deshalb, wie nimmst du nicht übel, Mois? Mache einfach eine gute Show ohne wenige Beleidigungen und du machst die Kohle auch wieder drin, mal mit Manu und dem Rest. Auch wenn wir nice on scheiß vermissen werden, ob es dann Fernsehen läuft, ich glaube eher nicht, das ist ein bisschen zu viele Beleidigungen, aber vielleicht eine zensierte Version irgendwann mal, wer weiß schon, was die Zukunft bringt, meine Freunde. Okay, meine Freunde, es warst wie du fühlen. Boas. Abonnieren, bleib nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.